komm meine lieben freunde hier im kanal von similich und maik.nodd15 ich bin der kämmerkanal ich bin die jemals auch wieder dabei guten tag neun folge deadbird daylight wenn es euch gefällt ist gerne abo da liken kommentieren soll gerne in die video beschreibung linkdreh wenn ihr twitch ik tok kann ja gerne vorbei wenn ihr wollt ne ja so was ist denn in der letzten folge passiert ja wie sie mit dem spieler ihre mission war hat sie mir abschließt sich erhangen lassen oder keiner aus ihrer mission war sie hätte auch raus rennen können hat sie nicht gemacht naja wir wissen es nicht was ihre mission war vielleicht könnt ihr es raten das weißen selber nicht ja gute nacht was geht das jetzt ein fenster offen also wenn sie sagen wir ja schon auf kippt zumindest ist wieso so so jetzt kann ich dann intro machen warum ein mutter ist weg wach ist was wenn du es dann machst du es denn ganz auf fenster bezogen ja ich weiß ich will da jemand wohl ganz fans so hatten und wenn dann ist es seine reine ich kann sagen damit ich zeit dazu habe ja auch gerade schwierig hauptsache fensters offen und gut ist angekippt ist doch egal hauptsache fensters offen das heißt ja noch nichts da läuft im kreis jetzt bin ich dann ja jetzt eingelöst wurde weiß es läuft der zeit einmal mehr runter bildschirm entsteht damit da kann kein timer läuft und neu eingelöst das läuft dann kaum noch eine runde natürlich eine sorge machte schon und läuft jetzt und darfst jetzt dahin das ist eine mission absicht warum laufen sie zum kinder oder hin als ihre mission oder was sind gelaufen dann hilft mir doch mal zu retten wo sie sind vielleicht auch bei hinter den generator vor machte da generatoren nee aber er der lieb sein ja ja die bremse kommt gleich mit ja was ist jetzt die aufgabe ach so ich muss vorhin rein oder ach so du weiß ich nicht komm mit keine normale aufgabe ist dass ich zwei vom haken holen muss ja hier komm ja so wird's jetzt aufgabe fertig ich sehe ich ja nicht ja leider also was eingesammelt das meine ich jetzt hier rennt raus ich suche dann die luke ja ich freue mich aber dass meine gruppe bei getrennt ist oder kann man das gruppe nennen kanal kanal kann ich nicht räumen das ist ein richtiges wenn man hat ne ja richtig aber ne kriegt er nicht kann ja nicht nur ich hallo na sagt bloß nichts falsches das ging aber so gern gemacht für sich ein paar mehr leute meiner gruppen weißt du das ist ein wenig also pack mich mal ja du hast zwölf hallo ja das ist ja immer mehr als ich nein zwei ja aber nun ist er wahrscheinlich die abonnierte klebe tschau aber ist mir doch egal wir müssen doch nur zahlen muss ich nicht mehr aktiver nutzen die kanäle muss das in der video verlinkt nur ohne link habe ich ja habe ich jetzt letztens und dann habe ich ja jetzt letztens hinterlegt auch mein link drehen nur lange ist auch noch gar nicht drin WhatsApp und Telegram Gruppe da kommt jetzt alles rein auch Gewinnspiele Sponsoring muss ich auch noch reinpacken habe ich auch ne aktuelle laufen hier das war aber nicht ich oder was haben sie das waren sie das ich war auch nicht hat es dann bumm gemacht ich habe gerade vor macht das mal wo es mal macht war noch kein bock achso oder wegen dem Killer jetzt wird es schon 4er guck mal hui komm haut sie ab na wegen zum Ausgang boah Mensch was denn ich bin fast fertig mit dem Ding siehst du da sind wir schon so weit ja ich bin schon ich ging aber schnell ich suche dann den Lautsau wenn wir kommen ich höre wenn wir kommen warte nicht du nein der ist dahinten der ist dahinten der ist dahinten in der Keller in der Ecke welche hast du da hinten soll ich da rausrennen dann warte wenn die anderen auch rausrennen warte warte soll ich hier warten oder was warte dann raus warte komm mit fähig fähig heil sie also du hast Glück du kommst also kommst du fähig bitte oh hä was sind jetzt ihre Mission sie müssen nicht mehr heilen sie kann nicht sie kann nicht heilen ja ich auch nicht haus alle meine ja los haus du auch meine nicht du aber ich meinte was machen sie denn da was ist denn ihre Mission ja weiß ich nicht ich will nur die Luke suchen mehr will ich auch nicht das ist ja auch wichtig die Luke ja soll ich die Karte lesen na die Karte kannst du nicht lesen wahrscheinlich oder weiß ich nicht doch was doch die kann man lesen aber da werden keine Thronen gezahlt Bodenlugen ja die sind zu viel wo ist raus sonst geht es hier gleich hoch meine nein was machen die denn du kannst nicht rein man sind die klatsch das hat sie aber gleich davon ups was soll ich rausrennen oder was wenn du lieber raus warte jetzt oder was ja renn ey mein warum so knapp die ganze sache warum denn nicht hätten wir schon eher machen können ja aufgabe nicht erfüllt weil musste keiner vom hagen geholt werden weil er am haken früher da ist ganz so neu ist keiner am haken hing es hängt immer irgendwer am haken meistens ich und zwar relativ schnell in kurzer Zeit weil wir kuscheln ja ich bin schon bei der nächste Aufgabe Bei mir geht das echt schneller alles. Ich habe schon 3,4 Millionen, äh, nicht, nicht, 4,2 Millionen. Ich bin das bei 11 Minuten, ich bin nochmal von der Runde. Geh, Baby. Keins. Oh, ja. Ich glaube schon 1142,5 Stunden in das Spiel. Ja, ich habe noch nicht so viel, ist ja klar, ne? Du hast es ja neu, bekomm von mir, geschenkt. Ähnlich geschenkt. Hat es ja vorher noch nicht. Ja. Aber wann ist der Ende, das Monat? Der Sonntag. Oh, ein Tag im Urlaub. Können wir es schon nennen, das Ende. Warum? Was, am Samstag fahren wir. Ist der 30. Und am 30. Ist der Ende des Monats. Ja, und, ja. Und was wollt ihr denn aus? Na, dass du mir dann das Geld da überweisen kannst. Ich krieg ja eh dann ne Benachrichtigung auf Mandy. So, hier, guck. Du, 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 du. Kennst ja machen, wenn ich schlafe. Ich schlafe eh nur fast im Urlaub, den ganzen Tag. Das stimmt sogar wirklich. So, hier, guck. Mhm, stimmt, wirklich. Weil ich da müde bin. Weil ich auf keinen Bock habe auf den Tag. Macht Eier. Ui, Eier. Eier. Weil wir dann rubbeln. Ui. Ui. Wann. Zeno? Ui. Ich dachte, sie wollten nicht. Äh, Shaby. Ja, bitte. Können sie mir dann auch mal Rechte geben auf ihren Kanal? Dass ich dann auch den Streamplan reinschreiben kann? Dass du es nicht machen musst? Oh, bei WhatsApp oder was? Ja. Oh, bei Telegram. Na, WhatsApp. Na, wenn du willst bei Telegram, können wir das auch so machen. Wo sind sie? Da kann ich sie auch fragen. Was ist denn? Ich muss nur was auf. Oh, oh. Oh, oh. Ja, glaube ich. Das ist der Michael. Ja, ich hab's gehört, an der Melodie. Du, 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 hat's gemacht. Ja, das passt. Ja, komm, ja. Blasi. Herr, weiß nicht, wohin? Ach, bei dir? Läs's da hinten. Ja, ich seh den alten, sag, komm. Oh nein, der hat uns gefunden. Halt dich erwischt. ich habe den nutzfinger gegeben schon reinstecken verloren der messerstecher wieder eigentlich soll ich nicht vom haken geholt werden das ist auch gut für mich da kann ich mich selbst befreien von hafen sie wissen ja ich höre sie gerne stufe 3 er kann sich direkt abstechen so hier guck nein so hier guck ist schlecht wohin ein generator scheiße hab nicht geachtet ich höre was erst dahinten er läuft in der hol mich näher hol mich nicht am zweiten mal kannst du mich holen und dann kannst du mich den anderen retten gehört liegen mal am boden nein nicht ganz bist du wieder frei ja warum so schnell weil ich doch vor den haken springen konnte bitteschön danke bitte ja danke ich kann ja schon gesagt ach so sie können mich noch nicht ein bisschen mich heilen weil ich so einen roten punkt haben müssen sie können mich erst ein paar sekunden auch noch warten ja aber der hat kein perk mit für stufe 3 das er muss bleibt warte jetzt 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 in der glock kommen sollte und schlagen letzte dagegen klatsch ja voll gegen den kopf wir müssen den gegen voll den kopf achso ihr könnt ja gerne alle verrecken proben wir aus oh was jetzt wieder los das ist wieder stufe 3 achso du hast mich blockiert du hast mich blockiert klatsch eigentlich zieht er die sache meine aufgabe hänge natürlich unter den keller weil er klar da kommst du auch hin ich komme ich komme neben dir oder gegenüber neben dir was bringt uns das jetzt weiß ich doch ja nicht deine will uns helfen der rettet dich du rettest mich den muss ich mal beeilen ja der muss auf den kill aufpassen ne oh der weiß dich voller plan sind sie vorhatten er kommt schon wieder ach nein sattgasse ja hat er euch jetzt dann kann ich euch wiederholen ja geh weg geh weg ich bin tot ich bin tot ach komm leck mich ich bin tot gute folge geht das jetzt schon gleich wieder gut los ok baby ja 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 you ja ich bin tot ja 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 du in der zweite an das auto war schon oder ja wie und er ja wir wollen ja für seine mission mit dem daumen und seit dem finger an die richtung und fing an meiner richtung gezeigt wieder hingezahlt gelaufen als eine mission die karte ablesen kannst die luke sind solche ablesen karte noch eine was kriegt mir das was für eine karte haben wir gleich als die lehrwerke ich habe der ausgang gewesen wir haben nicht genug generatoren ach komm was war was ist dein plan das kann er mich wiederholen und was bringt das war weiß nichts mit karte lesen wohl der reingeschissen ist da hinten irgendwo jetzt auf ihn oder war das hat mich holt oder was so ich hinkrabbeln ja er kommt aber nicht er und wollte ich nicht haben in der bodenklappe was davon ein bodenklappe wir sind markiert da vorne nee das ist eine karte die sind verwenden ja schon er muss halt zu mir kommen ja ich bin gleich wieder da ich bin geschützt sonst gibt es wieder ja vor allem wo die genau wie und wer kommen wir holen mit begonnen krabbeln bin ich bin um was macht der killer die ganze Zeit läuft die ganze durch die gegend da oder soll sie wohl ausstilten blutten blut eine mehr herkommen 1 vor Ort sagen was ist denn jetzt die Mission hier Wie lange will ich mich noch regeln lassen? Klatsch. Du hier. Ja, genau. Tja, ich hätte mich erholen können, so ist es nicht. Ach, da hat die Luke. Da war bei der Luke. Wohl, hat der Gewalt, bis ich geopfert werde oder was? Ja. Wow, tolle Dankbarkeit. Oh, man. Na ja, was sagt die Aufnahme? 29 Minuten, 24, 25. Ja, dann müssen wir neu aufmachen. Ja, du die Instellung. Oh, meine lieben Freunde. Würde ich sagen, sage ich danke, für Sie dabei sind. Wenn Sie es gefallen haben, lässt gerne ein Abo da. Liken, kommentieren. Dann können Sie in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe immer einen Link drehen. Dann finde ich auch auf meinem WhatsApp-Kanal oder Telegram. Wenn Sie gerne vorbeischauen, wenn Sie besser informiert sein wollen. Über, ja. Ja. Informationen, ja. Ja. Den Kanal betreffen. Ja, hier fällt gerade nichts ein. Sonst, ich habe gerne ein Spiel. Hier geht mir vorbei. Ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Guten Tag. Wo das kein Mord. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.